So, hallo und herzlich willkommen. Ah, was jetzt folgt, darauf habe ich 13 Jahre gewartet. 13 Jahre, ich will dir das vorstellen. Ah, im Unboxing, das freue ich mich schon lange. Oh ja. Oh ja. Oh nein. Ist doch falsch rum. In Fault Pappe. Du hast gute Dienstige geleistet. Ah, da ist es. Da ist es. Das neue Ace-Kombo. Nach 13 Jahren habe ich gewartet. Ganz ehrlich, Infinity und Assault Horizon zählen nicht. Die war scheiße. Und das weiß jeder, der sie gespielt hat. So, jetzt bin ich ganz vorsichtig. Man traut sich gar nicht, es aufzumachen. Ich würde es am liebsten immer so lassen. Aber dann kann ich es ja nicht zocken. Ja, da kommt der Fanboy durch. Objektivität könnte er bei mir bei diesem Game vergessen. So, wie üblich habe ich vorher nicht reingeschaut. Gucken wir mal. Oh ja, so geht es. Oder auch nicht. Ich will es ja nicht kaputt machen. Es kommt schön, so wie es ist in den Schrank. So, guck mal mal. Ah, hier ist ein schön F-22 drauf. Das ist das Bild, das kennt man hier aus dem Trailer. Mit dem Turm und der Frau, glaube ich, im Schutzanzug, Raumanzug, keine Ahnung. Hier, schön Strange Real Edition. Endlich wieder in der richtigen Welt angekommen. Weil in Real Life geht das einfach mal gar nicht. Ja, ich schaue auf dich, Assault Horizon. Voll geil. Oh, ein Zertifikat sogar mit Seelen-Nummer. Nur 3000 Mal. Ich habe 1950 erwischt. Nicht schlecht. Weil 3000 Mal jetzt von der CE, glaube ich, auch nicht gerade viel ist, oder? Weiß ich gar nicht. Da. Jetzt spiegelt sich die Kamera da drin. Egal. So, geht es weiter. Hier. Ah, ein Artbook diesmal. Schaue ich mal kurz rein. Weiß gar nicht, darf ich den Inhalt zeigen? Keine Ahnung. Ich zeige euch mal das Bild so. Ich denke mal, jeder, der weiß, was ein Artbook ist, weiß auch, was da drin ist. Weiß ich jetzt nicht, wie es ein Copyright ist. Ich bin da jetzt mal vorsichtig. Gerade wegen Bildern und Kunst und so ein Zeug. Hier natürlich das Spiel. Das schmeiße ich dann gleich in die Konsole rein, damit ich es schön installieren kann. Hier haben wir ein Stück Plastik. Auch sehr formschön. So, und jetzt kommt der Merch. Noch ein Stück Plastik, auch sehr formschön. Jetzt fangen wir mal hier mit kleinen Kram an. Ah, ein Müll. Nee, ein Anstecker. Figure. Ich glaube, das war der Protagonist dieses Mal. Nicht wie wichtig im Sinne. Hier haben wir eigentlich noch mal Patches drauf drin. Können da nicht zwei Patches drin sein? Ah, da ist es ja. Einmal Ossia. Und einmal Erosia. Bösen, glaube ich. Schon wieder. Wie immer die Bösen. Natürlich ist es auch sehr wichtig, dass ein Ständer aus Plastik-Name nochmal draufstehen. Autofokus, du dein Werk. So, und jetzt kommt... Fasse ich das an, ohne es kaputt zu machen. Oh, aus Metall. Oder Druckgruß schimpft sich das, glaube ich. Der Arsenal Bird. Das ist das Flugzeug von dem einen Fußballverein da aus England. Damit fliegen die immer zum Spiel. Guck, da hatten sie die Fußballspieler drin. Oder waren es Drohnen? Nein, ich glaube, es waren Drohnen. Ich glaube, es schmeißen noch weg. Das ist voll geil. Die Porträhen sich sogar, die Probeller, und zwar allesamt. Und zwar ziemlich Fuß sogar. Wenn man nicht gerade den Finger dazwischen hat. Oh, ich muss es mir ins Bild halten. Das ist auch recht schwer. Druckguss schimpft sich das, glaube ich. Das ist nicht wirklich du da. Okay, dann muss ich das da drauf. Was man jetzt gerade nicht sieht, weil die Kamera nicht so weit geht. So. Steht nicht unbedingt stabil. Damit aber auch schon genug von der CE. Dann schließlich wollen wir ja das Game zocken. Und genau das mache ich jetzt nämlich auch. Gibt es dann auch direkt Livestream und Let's Play und alles, was dazugehört. Also bleibt gleich dran. Geht nämlich gleich weiter. Allerdings bei mir auf dem Kanal. Copernicus.EV. Das hier seht ihr ja gerade auf Cooper Ray. Die Zusammenschnitte und die Let's Plays gibt es dann auch wieder hier. Aber den Livestream gibt es nur bei mir auf Copernicus.EV. Also dann, vielen Dank für's Zugucken. Wir sehen uns gleich am Himmel. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017